Hallo, Merle, bist du Merle? Ja, ist der Boden rutschig oder was? Hallo. Pippo. Pippo. Hallo. Pippo. So, dann geht's, wir verabschieden Ronny jetzt noch und dann geht's gleich. Wir gehen weiter mit mir im Studio und schauen uns vielleicht nochmal an, was das alles war. So, dann krieg ich das hier noch leer. Tschüss. So. So. Grüße. Ja, ich weiß, ich freu mich auch über die Frisur. Oh, oh mein Gott, guck mal. Die Frisur wirkt. Merle. Pippo. Pippo. Ah. Alter. Leute, die Frisur. Geh mir nicht. Cut, cut, cut. Still, still. Ah.